lege dich bequem in deinem bett hin decke dich zu wenn du magst liegst du bequem oder möchtest du noch was verändern schließe deine augen atme tief in deinen bauch ein und langsam wieder aus einatmen und langsam wieder ausatmen du spürst dass du mit jedem atemzug immer ruhiger wirst deine gedanken kommen zur ruhe und dein körper entspannt sich dein körper liegt ganz schwer auf deinem bett es gibt jetzt nichts mehr zu grübeln oder nachzudenken gedanken die aufkommen lässt du wie wolken vorbeiziehen geh jetzt in gedanken zu deinen füßen diese sind vollkommen entspannt jetzt geh in gedanken in deine beine diese liegen ganz schwer und entspannt auf deinem bett jetzt richte deine aufmerksamkeit in deinen bauch und fühle wie auch dieser tief entspannt ist nun spüre in deinen rücken und in deinen nacken auch diese sind vollkommen gelöst genau wie deine arme deine hände und deine finger bis in die fingerspitzen alles ist vollkommen entspannt und gelöst jetzt fühle bitte in dein gesicht hinein du lässt alle gesichtsmuskeln los dein gesicht wird ganz leicht deine wangen entspannen sich deine augen und auch deine stirn nun ist dein ganzer körper vollkommen ruhig und entspannt stell dir jetzt ein tor vor du stehst vor dem tor und schaust es dir an wie sieht dieses tor aus ist es alt aus holz oder metall ganz egal denn es ist ein fantastisches tor und gleich dahinter liegt eine wundervolle welt frei von allen ängsten und sorgen frei von allem stress und druck sobald du durch das tor tritt sind alle ängste sorgen und negative gedanken nicht mehr wichtig stell dir vor stell dir vor wie du das tor behutsam öffnest du trittst hindurch auf die andere seite und ganz leise und behutsam schließt du das tor wieder jetzt bist du in deiner eigenen welt in deiner traumlandschaft angekommen schau dich in ruhe um was siehst du hier herrliche blumen wachsen an diesem fantastischen ort der himmel strahlt blau und die sonne scheint ganz hell und warm vom himmel sie wärmt deinen ganzen körper spüre einmal wie warm dein ganzer körper nun geworden ist was siehst du noch bäume tiere atme einmal tief ein und nimm den herrlichen duft dieser reinen und klaren landschaft wahr direkt vor dir befindet sich eine wiese unendlich weit sie scheint kein ende zu nehmen du kannst hier bis zum horizont schauen und dort entdeckst du auf einmal ein ganz helles weißes klares licht am horizont du siehst nun wie aus diesem licht allmählich etwas erscheint es kommt langsam immer näher auf dich zu und nun erkennst du dass es ein pferd ist es ist dein pferd es kommt näher und näher auf dich zu immer deutlicher kannst du es sehen wie sieht es aus ist es ein weißes braunes oder schwarzes pferd ist es vielleicht geschenkt hat es lange oder kurze mähne ist es groß oder klein es ist ganz egal wie es aussieht denn es ist dein pferd und nur für dich ist es hierher gekommen das pferd bleibt nun direkt vor dir stehen es möchte kontakt mit dir aufnehmen langsam streckt es seinen hals nach dir aus seine warmen nüstern berühren dich sanft an deiner hand und dann ganz sanft in deinem gesicht sein warmer atem streichelt deine haut dein pferd strahlt kraft und eine starke innere ruhe aus du spürst dass ihr eine sehr tiefe verbindung zueinander habt vielleicht hast du das gefühl dass ihr euch schon eine ewig lange zeit kennt du spürst dass ihr zusammen gehört und dass nichts euch trennen kann denn ihr seid in tiefer liebe verbunden dein pferd macht ein plié es kniet vor dir nieder und bittet dich aufzusteigen sicher und geborgen sitzt du nun auf seinem rücken hast du einen sattel unter dir oder sitzt du direkt auf seinem warmen fell wie fühlt es sich an auf deinem pferd du sitzt fest auf ihm und jetzt geht dein pferd langsam los im schritt geht ihr auf einen wunderschönen waldweg zu ihr folgt dem weg rechts und links stehen schöne bäume und tannen zarte rosa farbene blumen säumen den wegesrand du hörst die vögel zwitschern neben euch plätschert ein kleiner bach mit kristallklarem wasser schau dich um und nehme die wundervoll friedliche landschaft wahr atme tief die klare und reine luft des waldes ein du wirst immer ruhiger und entspannter der waldboden ist angenehm weich für dein pferd langsam beginnt es zu traben und du sitzt weiterhin fest sicher und geborgen auf seinem warmen rücken spüre seine bewegungen unter dir die in deinen ganzen körper fließen und dich tief entspannen du fühlst dich unglaublich wohl schau dich noch ein wenig in dieser herrlichen landschaft um welche pflanzen siehst du sind noch mehr tiere hier kannst du das leise plätschern des baches hören das zwitschern der vögel nun galoppiert dein pferd sanft an der galopp wiegt dich wohlig durch den wald du entspannst dich immer weiter hier auf deinem pferd in der wundervollen natur du spürst dass es langsam zu dämmern beginnt und nach und nach wird es immer dunkler draußen du schaust hoch zum himmel und siehst den mond und die sterne leuchten vor euch erscheint nun ein see schau einmal genau hin auf dem wasser kannst du den mond funkeln sehen dein pferd galoppiert noch ein stück weiter dann pariert es durch zum trab und schließlich zum schritt ihr seid am seeufer angekommen und du merkst wie müde du dich nach diesem langen ritt fühlst auch dein pferd ist sehr müde nah am seeufer legt es sich hin hier ist der boden aus moos warm und weich das mondlicht auf dem wasser zaubert ein traumhaftes licht du legst dich nieder zu deinem pferd und atmest seinen duft tief ein dieser entspannt dich noch mehr du nimmst die wärme deines pferdes wahr und fühlst die wundervolle kraft die geborgenheit und den schutz den dein pferd dir bietet du wirst immer müder deine augen fallen zu und langsam ganz langsam fällst du in einen tiefen erholsamen schlaf der dich morgen früh frisch und gut erholt aufwachen lässt doch jetzt schläfst du tief und fest ein dein schlaf wird begleitet von wundervollen träumen und dein pferd beschützt dich die ganze nacht hindurch du fühlst dich wohl und geborgen und schläfst nun tief und fest ein von wundervolle kraft und dein pferde die Eingale lecker die Eingale die Eingale Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020